jo leute herzlich willkommen zu einer neuen folge ls19 farmers live mit achim jo servus natürlich ist der ls profi auch dabei aber der ist auf einem anderen hof wir sind auch gerade nicht direkt auf unserem hof für mich kurz fertig arbeite ich denke ich mal auf dem hof hier irgendwas läuft mein spaß so muss es wenn ihr auf jeden fall auch täglich neue ls bilder sehen möchtet zurzeit könnt gerne auf instagram und facebook link ist in video beschreibung wenn es euch interessiert würde uns freuen wenn du mal bei uns vorbeischauten vielleicht in die kommentare oder uns schreibt so jau bisschen von youtube grüß dich sieht man das man bisschen hier die community mal kennenlernen so ein bisschen ja er konzentriert ist Prozent nicht so gut dass sie den Weg fangen zu reden ja ja weil das was ich sehe klappt ja ziemlich oder und schütteln kaum ausgeschüttet und er hat ziemlich und die nächste bauern nächste runde nächste runde nächste runde hoi jetzt ist er wieder guter ne irgendwie ist mein gaspedal wieder hingeblieben ein bisschen und ich weiß nicht was man da in der wartung rumgefuscht hat hier und uns halt mal beim Pidu beschwere so geht das nicht ach das schon mal schnell Spankehör drüberschmeißen ja alt man hat ja keinen Stress man hat ja auch bei uns auch so jetzt nur das Heu dann schaue ich nichts zu tun das ist halt gut wenn man keine Tiere hat dann ist man zu abhängig am Tag ja wir haben Schafe hallo ja stimmt ich wollte schon sagen hey ja da muss man die Qualität auch noch bewegen aber du hast schon wieder ein Lammbraten gemacht oder ein Schafsbraten hier nö nö weißt du dann häng ich wieder hin dann fehlt Günther auf einmal ja ich hab ein Schaf nach dir benannt ja ui zählst dich Stefan ein du bist ja der Gänse Günther du bist ja der Gänse Günther aber wir bauen auch noch ein Schaf ein Schafe Günther richtig oh und ne Mini Willi braucht man auch irgendwann ich muss nochmal bei Mike kurz nachfragen mh Fred Fred man ja ich hab dann kurz zumal gehabt oh oh ey man mit Profis dabei ja ich denke wir können aber auch mit Fred unten kurz einfach die Rechnung stellen vielleicht bezahlt er der Fred einfach auch wär auch praktisch aber wohl für die Balle krütt der ja ja was für sehen weil ja ich weiß ja du Mordor noch äh kommt mal drauf auf oder wir ziehen einfach vom Fred das Geld ab was wir für kurz an Ballen zahlen müssen Ach so, wie ist der Haus, Lady? Dann ziehen wir noch ein bisschen Bearbeitungsgebühr ab. Ja, und dann läuft's. Ich möchte, dass wir auch ein bisschen neben fair verdienen. Ja, so muss es ja auch. Ja? Heute darf mir leer ausgehen. Richtig. Darf er nicht sein, hey. Ich mag nicht mehr alle Ballen da drauf. Ich muss immer halt drei hoch. Ja, das sind ja nur klar, wird viele wohl noch übrig bleiben. Ich glaube, entweder ich komme extra oder ich mache jetzt gleich drei hoch noch einmal. Ich muss halt immer eine Balle nehmen. Ich glaube, wir wissen es dann nur. Stehen da jetzt? Ja, ne, passt. Ja, da stehen jetzt noch... Äh, sechs, zwölf... ...fünfzehn. Und da hab ich kein Nummer zwei wegnehmen. Ja. Ein Fehlschall. Oh. Da hinten. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oo. Um so zu. john. Jetzt kommt noch mal 2 weg. Gut ist, dass er so Haufen gemacht hat ein bisschen, aber im Perfekt wäre es halt gewesen. Klar hätte gewusst, dass wir sie eh holen, 3 hoch oder so. Ich denke, er wollte sie ja eher erst wegbringen, aber dann halt der Leergang. Ich weiß ja nicht, ob seinem Straubmann, ob der da nur 2 hoch draufkriegt, weißt? 2 ja. Oder ob er da 4 hoch macht. Irgendeine gute Frage. 4 hoch wäre, ja. Gute Sicherung hier. Ja, auf jeden Fall. Hast du schon schon wieder nichts? Ja, das ist mal gewünscht von dir. Ich verdiene hier gerade Geld, okay, also ich will nichts hören hier. Ja, ja. Du kostest uns selbst mal Geld. Geld verdienen ja durch Irsch, wenn es bei uns auch im Konto ist. Ja, auch wieder. Wenn der Export überwiesen hat. Ja. Ja. Wir haben jetzt einfach noch so zwei vorne mit. Halt die alle mit damit. Ja. Mal schlägen wir weg, ja. Nee. Ja. Dann schiebe ich dir aber auch was weg hier. Okay. Ja. Und was? Ja, dann Johnny. Ohhhh. Den Dreh auf Seite, den Luffy auf Seite, denn schläft er. Ja, dann ist das noch da, nur noch da. Oh, war man kein Leibler. Ja. Mit dem Totalschaden schon. Nö. Nö. Ja, ähm. So wohl nicht. Ich habe hier gerade ein witziges Problem. Okay, perfekt. Machen wir gerade so, oder? Ja. Ja. So. Jetzt nicht mehr. Hui. Falsch. 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 Äh. Nee. Das nicht. Ach. Was denn? Äh. Da war. Wollt keine Balle so. Nicht. Äh. Wollt mitfahren. Wo es ja nicht durfte. Ach so. Ja. Jetzt komm. Früher hier. Früher. So. Wenn sie. Ja komm. Ja. Schaff das. Jetzt. Beschleunigung. Ich halt auch nicht mehr. Oder ich hauert. Du kriegst dich. Nee. Das auf jeden Fall nicht. Ja. Ist schon so fahrend, dass ich. Ich freu mich so auf den Tag, wo man zum Ampido fahrt und sagt, jalla Bestellung. Ne ganz geile aber feine Bestellung. Ne ganz geile aber feine Bestellung würde. Ja. Da früh ich mich schon drauf. Das wird schön. Heute ein schöner Tag. Okay. Das kommt aber jetzt nicht so ein schöner Tag aber. Mhm. Gar nicht. Ach. Was ist heute schon hier für ne neue Scheiße im Radio. Bin ich besser. Ja. Ja. Ähm. Dann fahren wir wieder mal zu unserem Expert. Dann fahren wir wieder mal zu unserem Expert Export. Hehe. Expert. Ja. Expert Export. Ja. Ja. Ich darf nicht meine Chibane wo ich ziehe. Kann ich mal. Ja. Ja. Ich bin so... Ja. Ja im Aufhaufe. Wir biegen sie links ab. Gung gung. Gung gung. Gung gung. Gung gung. Gung gung. Gung gung. Oiii. So die beiden anlupfen dass sie nicht im Bordschein hängen bleibt. Ne bin ich ja im Bordschein hängen geblieben. Hä. Was ist jetzt los? Ah ich soll doch von der Bremse runter gehen. He he he. Möcht's Sinn. Gell, vielleicht ein bisschen. Ja, ein bisschen. So, dann schieben wir den da wieder rückwärts rein, dass der nachher mit mir fahren, die schönen... ...und nur lupf'n Kerl nicht. Lupf'n Kerl. Echt, wir haben ja hier schon ein bisschen Probleme, ob ein LKW hier so viel leichter reinkommt. Oder fährt er die alle selber mit dem Bulldog oder so weg? Puh, das weiß ich, oder? So, da ständig wieder. Sorry. Oh, die... ...hatten grad noch vier Beilen, die wollen nicht. No Ed Wugler. Hier wieder ein bisschen anders hingefahren, weil sonst kommt der mit dem Kran wieder da nicht richtig dran. Oh, die Heubeilen sei denn nicht hin, weil sonst beschwert er sich bestimmt. Das könnte ja sein. Was hat er denn hier unten gesehen? Was war ich denn hier jetzt? Ich muss auch mal Pflüge, das Feld hier. Oh. Oh, komm schon. Ja, so macht man das eigentlich nicht. Aber... ...wir jetzt halt grad nicht anders will. ...und dann noch mal wieder. ...und dann noch mal wieder. ...und dann noch mal wieder. Ich hab jetzt am Todgeld aufgrund der Gewiesen. Ich bin... ...jie... ...jie... ...ja komm, jetzt kommt er aber mit... ...und dann... ...die 1,2 kommt nochmal noch nicht hin. Jetzt sind der... ...und dann wieder losfahren. Perfekt. Die letzten holen. Ja. Fui jo. Dann haben wir ganz schön gut wieder was geholt. Ja. So. Nur am rumstehen hier. Wie? Hä? Ob wir gerade die schuld? Doch doch. Aber? Doch doch. Ja genau. Oh, bis anschlagbeschwingt fahre, oder? Ja. Die eine liegt ja mittendrauf anstatt er die irgend so auf. Hm. Hier erstmal die zwei irgendwie vielleicht gerade rücken gleich. Nein. Falsch rum. Egal, dann nehm ich halt nur eine mit. So. Ein bisschen schräg hier hin, dass die gleich gerade drauf steht. Perfekt. Jetzt nehm ich die oben aus der Mitte noch raus. Ja. Ja. Ja, oder? Ja. Gut. So. Ach. Wer hat die so eng aneinander gestapelt, dass du, wenn du mit einer wegfährst, die anderen wieder umschmeißt. Mann. Ist blöd. Ja. Ich habe ja Platz hier drauf. Ich denke erst die ein, zwei, muss ja kurz ein bisschen durch den Bestand fahren. Aber. Wenn der die Ballen nicht früher vom Feld holen kann. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich habe bloß früher schon gesagt. Ja. Tut's schon. Ich habe ja noch nichts. Ich schieb sie mal. Ich schläge keinen Zweiter Före. Alle. Ja, oder? Das guckt nur nichts. oi kann er sein dass er sommer oder so sapferl hat es rausgebrochen hey du musst auch dann gehen wenn du jetzt unten machst ist die fahrgasse für die merke ja ich weiß hab schon ja weiß ich weiß ich war so in hier ja dort fahrgasse eine kleine schlinke dann auch ein bisschen ein stück rüber gefahren sie gar nicht ich muss gleich schon kaffee trinken gehen bevor ich mein hänger hier weg war warum einfach so dass du hier stehen weil er muss warum das ist ja auch nicht ja ich kann trinken währenddessen kaffee du nicht ja dann musst du halt nichts von mich haben dass du schaffst ich mache durch die schere heuschwarte presse und auflade aber ich muss das sehen ja pressen soll ich sowieso hier ach guck mal ich lasse gar nur abstand hey dass ich gleich noch anhängen kann bist du sozial ja darauf verschlagnahe fahre könne ja hätte ich halt nicht anhängen könnten ja ja jetzt sind wir wieder beim gleichen problem wie vorhin oder ja ja irgendwie schon gell und da hat nur nur den karre und je mich er sich damit ich drauf dann kommt er mit dem kran der perfekten müssen die vorwärts noch rein stück ich hätte sie aussteigen können so lange die spanggurte dran machen können aber niemand bleibt ruhig schön selbst schotty sitzen die dort ruse b er muss an den druck zu haben So, dann bringen wir das jetzt auch noch weg. Ja, und dann ist ja hier noch fertig. Dann war das hier beim Kurz auch schon fertig. Ja, dann kann ich gerade so das Gespann wieder zum Hochfahrer. Nein, ich wollte gerade direkt zum Schrottplatz fahren, aber... Ja, das ist okay. Und ich denke, wir wollen ja vielleicht auch noch einpressen. Mhm. Wenn's bis heute Abend mit da geht's noch fertig ist. Oh, Fuyo. I got the money. Money, money, money. Nee, ich habe schon einen Experten gehört, dass Clay... der Schiebader war. Ja. Dann kann das Geld noch gleich gut wissen. Mhm. Aha, 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 I like it. Einmal bitte links abbiegen. Beep, beep. So, fahren wir mal wieder dahinter. So, dann halten wir noch kurz vorne am Haus an und sagen dem Bescheid. Wenn er überhaupt da ist. Ich glaube schon. Ich denke, ja. Du bist in Hero. Der Reingang zu dem Haus. Ach, ja. Das ist schon mal einfach ein Zettel, ne? Ich lege ja. Ich depp der schon im Kran drin, ne? Ich fiech. Wer legt sonst sich ein Zettel in Ballen ab? Ich keck. Ja, der stimmt allerdings. Ich frage mich nur, was für ein... Ja, egal. Ja, äh, war ein letzter Ball, ne? Also... Ja. Man sieht sich. Heidig. 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 Am Morgen soll man noch nicht starten. Ja, praktisch, wenn du noch einen Fahrer willst. Ja, finde ich auch. Dann fahren wir mal zum Hof, Hof, Hof. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Hehehe. Zwei dumme eng Gedanken. Jemai. Ich mach von uns gewöhnt. Hehehe. Weg ich auch mal wieder links ab. So, hier im Hof rein. Dann stelle ich dir jetzt wieder da so ein Fahrsilo reinfällt. Ja. Wenn ich das gespannt ja genauso stehen lassen. Ja, ich leg mir im Arsch. Jetzt rasch ich meinen Sitz ein. Das ist immer das, wenn man so fährt und dann eine Zeit lang der Sitz erscheint beim Bremsen. Junge Vater, ey. Hehehe. Ja, muss nicht lachen. Das ist ja auch passiert, ey. Was der mit der Wartung hier gemacht hat, da frage ich mich schon noch was, ey. Trinkts Gas manchmal, jetzt rascht der Sitz erst richtig ein. Hehehe. So, dann stellen wir hier die Fendt jetzt ab. So. Der wird nicht mehr bewegt, der ist lebensgefährlich. Hehehe. Oh, Runde um Leuchte kann ich trotzdem ausmachen. Ja, guck mal was heilen, wie werde ich das? Äh, ja, heulig. Ist fertig. Ähm. Glaub schon. Der wird trocken aus. Ja, dann muss ich sagen, das war's mit der Folge. Ich war mir live. Ihr könnt gerne auch mal auf Instagram schaue. Wie gesagt, jeden Tag neue Bilder. Zurzeit. Denkst du in der Videobeschreibung. Abonniere und Vergeser Glocke aktiviere. Verbesserungsfachsteig immer gerne in die Kommentare schreibe. Und ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.